Unter dem Deckmantel der Selbstbestimmung zielen die Initianten darauf ab, unsere Rechte zu beschneiden. Das ist ein deplatzierter Etikettenschwindel. Dieselben politischen Kräfte, die sich in den 80er Jahren gegen das neue Eherecht und in den 90er Jahren gegen das Gleichstellungsgesetz engagierten, wollen uns nun diese Ehermerkar als Rückversicherung für unsere Grundrechte wieder wegnehmen. Diese Initiative widerspricht zutiefst auch den christlichen Werten von Menschenwürde, Freiheit und Verantwortung. Dass ausgerechnet aus der Schweiz dieser Angriff auf diesen bedeutsamen Mindeststandort für die Menschenrechte schwächt den Schutz von Kindern und Jugendlichen, schwächt den Menschenrechtsschutz insgesamt über alle Landesgrenzen hinweg. Das ist beschämend und passt nicht zur Schweiz. Und darum ist es wichtig, dass wir auch weiterhin die Rechte der Kinder und Jugendlichen garantieren bis nach Straßburg. Wir LGBT-Menschen wissen, dass der Schutz unserer Rechte eben nicht selbstverständlich ist. Und wir wissen, wie wichtig es ist, dass die Grundrechte nicht einfach durch eine Mehrheit an der Urne ausgehebelt werden können. Denn wir sind immer eine Minderheit. Wir werden eine Minderheit bleiben. Und Grundrechte dürfen nicht je nach politischem Klima gelten, sondern sie müssen als Mindeststandard garantiert sein. Und genau diese Rückversicherung, die bietet uns die Europäische Menschenrechtskonvention. Das Schweizer Kreuz steht in vielen Ländern für Zuverlässigkeit, für Engagement und für Loyalität mit den Benachteiligten und Unterdrückten. Mit diesen Werten wollen wir uns auch in Zukunft dafür einsetzen, dass Menschen in ihrer Heimat in Würde und Sicherheit leben können. Mit einer Annahme der irreführenden Selbstbestimmungsinitiative setzt die Schweiz aber genau diese Werte aufs Spiel und kann sie im Ausland nicht mehr glaubwürdig vertreten. Die zunehmende Digitalisierung unseres Lebens droht, den Persönlichkeitsschutz auszuhöhlen. Wir laufen Gefahr, zu gläsernen Menschen zu werden. Die Europäische Menschenrechtskonvention wird sicher auch in Zukunft für den Schutz der digitalen Freiheitsrechte eine entscheidende Rolle spielen. Und darum sind wir dabei, wir engagieren uns gegen diese Initiative, die das abschaffen will. Wir wissen, dass Menschen mit Behinderungen den zusätzlichen Schutz durch die Europäische Menschenrechtskonvention brauchen. Inklusion Handicap setzt sich dafür ein, dass Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt und selbstbestimmt leben können. Doch diese sogenannte Selbstbestimmungsinitiative hat sogar nichts mit Selbstbestimmung zu tun. Das Asylrecht steht in der Schweiz und in Europa unter politischem Druck. Da ist es besonders wichtig, dass sich auch die Schweiz mit der Europäischen Menschenrechtskonvention einem Mindeststandard an Grundrechten verpflichtet. Die Menschenrechte sind die unverzichtbare Basis unseres Rechtssystems. Die Europäische Menschenrechtskonvention eine notwendige Rückversicherung.